Herzlich Willkommen zurück zu Sonic und die Geheimringe im letzten Part hat sich der Boss von Pirate Storm blicken lassen, der ja auch den Weltenring besitzt, mit dem wir das Wasser kontrollieren können. Und diesen wollen wir uns in diesem Part vorknöpfen, doch bevor es zu diesem epischen Bosskampf kommt, haben wir leider noch ein paar Missionen in dieser Stage zu erledigen. Zum Beispiel, geh ohne Ringe ins Ziel. Hände weg. Oh Mann, kriegen wir den Boss überhaupt hin? Wenn mir das Spiel jetzt nicht allzu viele Missionen auf den Tisch wirft, dann dürfte sich der in dem Part doch ausgehen. Aber der kommt natürlich auch wieder mal ganz auf meinen Skill an. Im letzten Part war der Skill ja extrem traurig, also... Ne? Aber eigentlich, ohne Ringe ins Ziel gehen, du grabst dir einfach einen und wenn du merkst, oh, das Ziel könnte sich jetzt langsam aber sicher nähern, dann verlierst du den halt wieder. Das ist ja bloß einmal in irgendwas reinrennen und schon hast du dir die Sache verkackt. Du kannst natürlich auch das Risiko eingehen und komplett ignoriert. Den Ring hätte ich dann doch gern. Das ist dann doch ein nicer Ring. Und komplett ohne Ringe das Spiel spielen. Das Risiko geht natürlich auch. Aber würde ich keinen ans Herz legen. Einfach weil es dann viel leichter ist, einfach einen Ring zu verlieren. Gut. Wenn du natürlich dann die Gold Trophäe hast, dann musst du fast drauf spielen, dass du... Äh... Dass du keine Ringe einsammelst. Weil mit jedem Treffer bremst du ja Sonic ab und Sonic wird längsämmer. Und das ist natürlich nicht so gut in einem Spiel, in einem, äh... In einem Ding, wo du halt einen A-Rang haben möchtest. Das war jetzt auch nicht so gut. Gebe ich zu. Wobei es mir natürlich jetzt hilft. Jetzt habe ich noch eine Chance, den roten Ring zu holen. Ich habe ja derzeit sowieso nicht vor, mir Gold zu grappen. Ich möchte derzeit ja sowieso nur alle roten Ringe in der Stage. Gold hole ich mir irgendwann später. Deswegen bin ich derzeit sowieso schon zufrieden, wenn ich einfach alle roten Ringe bekomme. So, hier muss ich jetzt auch wieder den Ring ausweichen, bestenfalls. So, na, das hat nicht so gut geklappt. Ja, super. Da habe ich jetzt aus Versehen einen eingesammelt. Kriege ich überhaupt nochmal die Chance, den zu verlieren? Das wäre schön. Ja, ich könnte mich hier ins Wasser werfen, ne? Die Möglichkeit gäbe es. Aber da drüben, da kommen bestimmt nochmal Explosionen. Also, ja, guck dir das an. Eine Explosion nach der anderen. Wir haben genug Möglichkeiten zu sterben in der Stage. Das ist nicht das Problem. So, wir haben auch, glaube ich, schon wieder zwei von drei roten Ringen. Also, es sieht wieder... Oh, shit. Ja, zum Glück hatte ich die rote Ringe. Ich habe gerade tatsächlich gedacht, ich habe keine. So. Die Küste kannst du ruhig da oben schweben lassen. Ja. Die juckt mich nicht. Wobei, nehme ich sie halt im Vorbeijumpen mit. Ist jetzt nicht so ein großes Problem. Und da kommt langsam aber sicher das Ziel. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass da hier das Ziel kommt. Denn das hat mich an den Anfang erinnert. Wir machen wahrscheinlich hier gerade wieder einen Rundkurs. Kann das sein? So, wir jumpen hier mal ganz kurz rüber. Auch hier. Wie lang dauert das noch? Oh, shit. Da wollte ich wieder zu viel ohne Ringe. Eindeutig. Ja. Ich glaube, hier sollte ich mir einen Ring grabben. Einer schadet ja nie. Und dann einfach Ausschau halten, wann, äh, wann die Zielflagge kommt. Vielleicht jetzt hier auch nicht alle Roboter killen? Oh, shit. Habe ich schon verkackt? Ja, ich glaube, ich habe schon verkackt, ne? Oder kommt hier noch eine Explosion? Komm, eine gibt... Eine wollte er mir noch geben. Oder kann ich hier noch in irgendeinen Roboter reinjumpen? Nee. Äh. Das ist wirklich schwierig. Besonders das Ende der Stage ist schwer. Und da eigentlich nur das Ende der Stage interessant ist, werde ich jetzt auch hier instant einen Cut setzen. Und mal eben wieder bis dahin spielen. Denn da am Ende muss alles perfekt sitzen. Wenn du da einen Fehler machst, hast du ja direkt schon wieder verkackt. Oh, ich habe den dritten roten Ring gefunden. Der ist hier vor der Passage mit den Piratenrobotern, wo ich ja zuletzt oben lang bin. Da muss man sich runterfallen lassen. Habe ich gerade auch nur... Ich bin zwar auch wieder oben lang gegangen. Habe aber dann im Augenwinkel gesehen, dass es hier tatsächlich das hier gibt. So, ich möchte eigentlich oben lang, ne? Ja, will ich eigentlich. So, machen wir hier ein paar Jumps. So, hat geklappt. Sehr schön. Oh, es ist echt gefährlich hier, ne? Wenn hier was schief geht, alles von vorne. Direkt. Ich weiß auch gar nicht, was ich da am Ende machen soll. Soll ich lasse jetzt einfach mal hier das Gameplay ab hier wieder drin? Weil ich glaube, ab hier wird es wieder... Oh shit, nein! Wir gehen zurück. Wir gehen zurück, wenn ich hier schon nicht durchkomme. Ohne, äh... Ohne den Ring einzusammeln. Dann gehe ich die zurück direkt. Weil hier kann ich ja noch zurück. So, da sammle ich auch keinen Ring ein. So, wir... Wir nehmen auch immer schön den Weg außerhalb der Ringe. Da musst du zwar mehr jumpen. Aber es ist besser, als dann das Risiko einzugehen, den Ring einzusammeln, ne? So, vielleicht finde ich ja einen Secret... Einen Secret Weg. Oh Gott! Oh shit! Jetzt bin ich unten. Aber ich habe es noch drüber geschafft. Jetzt wird es gefährlich, Leute. Ja. Kann ich zurückgehen? Sonic, bitte zurückgehen. Oh mein Gott! Das ist... Das ist gerade eine Erleichterung. Aber wie hier... Ohne Ringe ins Ziel... Auf Gold? Nee, du. Absolut keine Ahnung. Hoher Schnellschritt. Ausgeglichene Bewegung als mit dem Schnellschritt. Starke Beschleunigung als mit dem Turboschritt. Der Raketenschub. Neue Mission. Hoffentlich eine Mission für Buch 1. Denn ich will heute den Pirate Storm abschließen. Nee. Gegen die Zeit erreiche ich in 100 Sekunden das Ziel. Aber ich will eigentlich den Boss, ne? Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich will alles machen. Und deswegen machen wir jetzt auch die Mission. In 100 Sekunden das Ziel. Die komplette Stage? Nee. Komplette Stage wäre zu krank. Komm schon. Irgendwas, was ich kann. Bitte. Kann ich überhaupt irgendwas? Hinter mir ist das Ziel. Kann ich einfach rückwärts gehen? Hier, guck. Lalalala. Lalalala. Och nee, geht nicht. Schade. Okay, dann starten wir neu. Etwa ein Versuch wert. Also wir haben einen Rundkurs vor uns. Das ist schön zu wissen. Dann kann es ja nicht allzu schwierig sein. Gut, wenn ich natürlich den Start direkt verkranken. Die Passage kenne ich. Das ist doch die Passage, wo ich gerade keine Ringe einsammeln durfte, oder? Ist das einfach nochmal dasselbe? Nur eben jetzt in 100 Sekunden ins Ziel? Sieht so aus. Na gut. Kriege ich hin? Darin bin ich gut. Schneller. Mein Freund, schneller. Hallo? Machst du dann auch mal hin? Danke. Ah, dass ich da durchgekommen bin ohne einen Treffer. Weiß ja nicht, wie ich das finden soll. Krass, krass, krasses Gameplay hier meinerseits. Speed Break. Hat gut geklappt. Oh nein. Die Luck Passage. Ja gut, so viel Luck ist es gar nicht mehr. Das geht sogar hier in der Variante. In der Variation. So, perfekt. Wir boosten hier uns auch direkt mal, weil ich hier instant rüber möchte zu dir. Dann zu dem Piraten, Käpt'n. Dann jumpen wir hier weiter. Ist auch gar nicht mehr so schwer. 26 Sekunden noch. Aber ich glaube, das Ziel ist gleich um die Ecke. Ja, nicht geklappt diesmal die Truhe im Vorbeirennen mitzunehmen. Äh, ja. Vielleicht. Ja, es ist blöd, dass ich jetzt hier so viel Zeit aufgeben muss. Ne? Ja, wow. Ne, das wird leider nichts mehr. Ah, gar nicht mehr so leicht. Ich muss da irgendwie immer oben rüber. Ich bin auch zu blöd, den Speed Start hinzukriegen. Den brauche ich aber fast. Weil die Stage ist nicht kurz. Hä? Sonic, please. Oder haben die den hier deaktiviert? Um es noch ein bisschen Stücken schwieriger zu machen. Das ist auf jeden Fall schon schwierig genug hier. So. Komm schon. Kriege ich hin. Einfach hier schön in der Mitte durch. Da hätte ich... Ne? Da muss ich auf die... Auf die... Auf die Roboter. Auf die Geister. Das sind ja Geister. Ne? Danny Phantom lässt grüßen. Da hätte ich oben lang vielleicht müssen. Weiß es auch nicht. Ich vergeud auf jeden Fall viel zu viel Zeit schon weiter vorne. Wie das jetzt hier klappen soll... Kein Plan. Schneller. Ja, sehr gut. So klappt das nicht. Genau das will man nicht erreichen, wenn man hierher kommt. 40 Sekunden noch. Ab... Ja? Schön. Das war vorhin nicht der Fall, dass du da an der Ecke festgegangen bist, Sonic. So. Ja, was will ich hier machen, genau gesagt. Mir bleibt da ja fast nicht... Ja, 23 Sekunden. Ne, es ist schon wieder verloren eigentlich. Besonders nach diesem Boost, Sonic. Ne. Das kannst du neu starten. 3, 2, 1... Ne? Ne? Obwohl ich alles richtig mache für den Turbo-Start, existiert er nicht mehr. Interessant. Gibt es anscheinend wirklich nicht in der Stage. Haben die deaktiviert. Dass man hier wirklich eine Challenge hat. Ob ich das jetzt gut finde? Ich weiß es nicht. Hä? Ne? Jedes Mal, wenn ich hier irgendwo rein renne, habe ich ein Problem. So. Ich kann doch hier einfach oben rüber. Perfekt. Genau so will ich das sehen. Ah, fuck. Jetzt bin ich auch noch gegen... Hä? Warum hat sich das denn jetzt deaktiviert? Ist das Trampolin einfach verschwunden. Und ich drehe extra noch um, um das irgendwie zu erreichen. Dankeschön, Spiel. So, perfekt. Einmal hier. Voila, durch. Dafür bin ich da hinten reingefallen. Oh, es ist so schwer. Niemand hat gesagt, dass die Stage einfach ist. Aber jetzt kann ich eh schon wieder neu starten, weil das war Schrott. 3, 2, 1... Wow. Wir schaffen zwei Missionen in dem Part vielleicht, wenn es gut läuft. Vielleicht auch drei. Aber für den Bosskampf habe ich leider keine Zeit mehr. Also den, denke ich, die Stage und vielleicht noch eine andere Mission geht sich aus. Aber für den Bosskampf, dafür ist eindeutig zu wenig Zeit dann mehr in dem Part. Tut mir leid. Aber ich muss ja so oder so irgendwann alles machen, ne? Aus dem Grund. Besser jetzt als nie. Gehen wir das... Ja, hä? Wer hat das erfunden? Warum die... Warum verschwinden? Ne, ich sah einfach gar nichts mehr. Das ist einfach absolute Verarsche. Was hier vor sich geht. Ich fühle mich komplett verarscht, nur noch. So. So, sehr schön. Immerhin mal drüben wieder. Wurde ja aber auch Zeit. Ja, hier habe ich keine Ahnung, wie das hier schneller gehen soll. Hier muss ich ja fast warten. Wenigstens ein bisschen. So, und hier muss ich dann ja auch runter. Da kann ich ja nicht oben lang. Da muss Sonic dann auch einen perfekten Sprung machen. Nicht so wie gerade eben. Und hier komme ich nicht oben rüber. Ne, hilft alles nichts. Da muss ich auch warten. Da spawnen keine Roboter. Aber hier spawnen Roboter. Aber es reicht trotzdem nicht. Ja, super. Jetzt war ich hier eben wieder unten. Und währenddessen geht meine Zeit flöten. Ja. Das ist bestimmt die Zielgerade. Ich kriege es nur nicht hin. Ich habe viel zu wenig Zeit an der Zielgeraden. Das ist mein Problem. Nur wo verliere ich diese Zeit? Das ist gerade meine Frage. Irgendwo muss ich sie ja verlieren. Ja, hier verliere ich jetzt auch sinnlos schon wieder Zeit. Besonders, wenn mich der auch noch trifft. Das ist auch nicht so gut. Ja, hier muss ich oben lang. Das ist der einzig kluge Weg. Was auch immer es mit diesen Trampolinen auf sich hat. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Es verschwindet einfach immer direkt vor meinen Augen. Obwohl ich perfekt auf es zurenne. Das denke ich, da muss auch irgendein Rätsel sein. Und hier verrecke ich dann jedes Mal. Hier ist mein Run jedes Mal vorbei. Weil ich so schnell einfach nicht so einen hohen Sprung hinkriege. Ne. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar, wenn ich seitlich dabei vorbeirenne. Dann könnte das klappen. Ich glaube, das ist mega uninteressant für euch gerade. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich auch ein bisschen cutten. Ich glaube, das kann ich nicht komplett drin lassen. Außer es klappt jetzt dann bald mal. Jetzt habe ich dann doch genug rum spekuliert, wie das denn klappen könnte. Jetzt hätten wir wahrscheinlich gerne mal einen kompletten Run-Ultra. Ich weiß halt nicht mal, wo ich meinen Booster einsetzen soll. Ich muss den wahrscheinlich auch irgendwo perfekt einsetzen. Die Frage ist halt nur, wo. So, ich meine, das hier habe ich schon mal raus, den Anfang. Jetzt wechsle ich auch hier direkt auf die Seite. Ne. Dieses Trampolin verarscht mich. Jetzt kannst du mir nicht anders sagen. Dieses Trampolin, das hasst mich einfach. Das hasst mich innerlich. Ich weiß nicht, wann Sonny diesen Trampolin angetan hat. Weiß nicht. Ist mir aber auch vollkommen egal. Ich will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Das ist eine Feindschaft. Die sollen die sich gegenseitig absprechen. Ich will mit dieser Feindschaft gar nichts erst zu tun haben. Perfekt oder auch nicht so perfekt vielleicht, ausnahmsweise mal. Aber ist okay. Damit lässt sich arbeiten. So. Hier booste ich jetzt mal. So, damit ich hier schneller bin. Wenn es auch nicht viel bringt, leider. Hier bin ich seitlich vorbeigerannt. Das war... Ne, 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 ne. Ja, komme ich drüber? Komme ich drüber? Warum visierst du den da oben nicht an, Sonny? Ah, es wird wieder nichts. Läuft auch selber hinaus. Na, wobei. Fünf Sekunden habe ich noch. Oh mein Gott. Ich habe schon gesehen, wie der eins runtergezählt hat. Shit. Da guckt euch die Zeit an. 1,40 hatte ich Zeit. Das war knapp. Dankespiel, dass das noch gezählt hat. Dass ich dafür keine Medaille bekomme, verstehe ich voll und ganz. So. Haben wir noch Zeit? Eigentlich ja nicht wirklich. Aber ich muss noch was reinquetschen, weil so kann ich den Part euch nicht geben. Und eigentlich ist das der perfekte Zeitpunkt, um hier im Lost Prolog was zu machen. Und zwar, haben wir nur Paragraph 11? Okay. Paragraph 11. Führe drei Gleitangriffe, ich habe es nicht durchgelesen, aus, um drei Feinde zu besiegen. Gleitangriffe. Okay. Das bedeutet, ich muss hier wieder individualisieren. Denn wir haben ja den Gleitangriff bekommen. Irgendwo. Ähm. Steigert die Angriffskraft beim Gleiten. Ich glaube, das brauche ich, ne? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es wirkt für mich so. Ich habe jetzt spontan nichts gefunden. Muss das sein. Sonsten, Shara erklärt es mir so oder so. Dann leg los. Shara. Ja? Nicht so ganz. Aber doch, doch, funktioniert. Habe ich den jetzt mit dem Sliden gekillt? Der erste hat natürlich nicht gezählt. Warum auch immer. Ach, wahrscheinlich war ich zu langsam und der Typ hat sich aufgelöst. Ja, das wird es sein. Das wird es sein. Typ, 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 yay. Gar nicht so schwer. Kann man schaffen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen im nächsten Part. Eigentlich wie schon in diesem Part versprochen. Der Bosskampf. Es ging sich leider nicht aus. Aber jetzt geht es sich. Beim nächsten Mal geht es sich aus. Und dann machen wir den Bosskampf. S-Perlensammler. Größter Bereich zum Perlensammeln als mit dem Perlensammler. Das ist auch cool. Ich glaube, ich muss das mal überarbeiten auf Screen. Wie dem was sei. Vielen Dank fürs Zusehen. Über den Daumen hoch würde ich mich freuen. Und natürlich, wenn ihr mein nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra.